Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lick der Woche. Diesmal habe ich einen Blues-Lick von Jimi Hendrix ausgewählt, gespielt über einen Blues in A oder auch über A-Moll. Das funktioniert beides. Drei und vier und. Das war es schon wieder. Viel Spaß mit dem Lick. Bis zum nächsten Mal.